Ich brauche keinen auf der Welt, geh meinen Weg allein. Ich setz mein schlaues Köpfchen ein und find den magischen Stein. Oh nein, ohne uns bist du ein Niemand. Ich zeig dir, wer hier das Arme hat. Nur keinen Streit. Wir wollen doch alle dasselbe. Den Zauberstein finden und seine magischen Kräfte bekommen, oder? Tut mir leid, ich hab wohl die Beherrschung verloren. Immerhin bist du ja unser Handführer. Ja, ich bin immer richtig und wichtig und ich halte mich für äußerst geschenkt. Wenn andere längst das Handtuch werfen, find ich immer noch einen Trick. In all den vielen Jahren, da erkannte ich für mich, der eine, der euch in den Himmel führt, bin ich und nur ganz allein ich. Der nimmt sich ganz schön wichtig, dieser Angeber. Ich bin klug und ein starker Flieger und ich find immer einen Trick. Ich geh mutig voran, sag zum Leben stets Ja, auch wenn andere sagen Nö. Ich bin Retter, Beschützer, Erlöser. Das ist nun einmal so. Ja, mein Genie, er redet Sympathie. Ich bin so schlau und ich hab Niveau. Manche sind zum Chef geboren und die anderen müssen sich plagen. Dem dreh ich seinen Schnabeltrumpf. Der ist wirklich kaum zu ertragen. Seht diese Flügel, ist der Schnabelichton. Man könnte glatt sagen, du bist wundervoll. Der kriegt jetzt von mir den Händen voll. Was hast du gesagt? Er sagte, er zeig uns den Weg. Jetzt reicht's mir, aber ich hab genug. Geh dich nicht auf. Soll dieser Gernegroße uns doch ruhig zu diesem Zauberstein führen. Ja, schon gut, du hast ja recht. Aber dann wird es Zeit, die Rangfolge neu zu bestimmen. Unser Auftrag ist richtig wichtig. Die Suche erfordert Mut. Wenn die anderen auch denken, wir schaden ihnen. Tut's ihnen am Ende gut, nicht wahr? Wenn wir den Stein gefunden haben. Dann werden sie schon sehen. Unser Handeln war richtig lieb. Ja, und gar nicht so fürchterlich. Denn was zählt ist der Volk an Sie? Es geht um nichts über. Nee, da droht er noch drüber. Gar nichts geht über. Nee, 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 nee Untertitelung des ZDF, 2020